Oh, mach mal schneller, Junge. Dragoon. Ich hätte sie jetzt schon drauflegen können. Ich bin nicht so klein. Ist alles in einem aus dem Gegner? Alles in einem grünen Bereich. Nichts ist unmöglich, ne Michel? Nichts ist unmöglich. Toyota. Hinsetzen, Kaffee trinken, nichts ist unmöglich. Ankunft. Anwesenheit. Nichts ist unmöglich. Verabschiedet. Echt? Ich bin leider nicht, du bist normal. Bei der was? Ich bin leider nicht, du bist aus der Schnelle. Ohne Scheiß, ne? Der mit dem Spasschen kriegt eine UV von dem Aktiven und der kommt nicht online in vier, 20 Stunden. Meine ganze AG ist im Tod. Ich sag, Ruhm, sonst machen wir hier ein Töpchen. Es geht um das Browserspiel, die Stimme, und der hat einen Poolkall und hat schon irgendwas mit 1000 Dörfer. Was? Ich habe mit 72 Dörfer. 1070, danke. Du bist hier wichtig, Crazy Kong. Crazy Kong. Da hat der Linke aber wieder vorne abgekühlt. So eine epische Explosion. Dann kommt der Boss-Room, Junge. Also der Zwischen-Boss-Room. Epic-Porn. Epic-Porn. Sind das wieder Rubine? Die könnt ihr euch ja langsam in den Arsch stecken, alter Scheiß-Spielentwickler. Überall findest du Rubine. Weißt du nirgends von Schlüssel oder ein wichtiges Item? Nix. Toot. Ich halte es nicht für nötig, ne? Ich halte es nicht für nötig, ne? Hier in diesem Raum ist wieder nichts drin, ne? Pass auf. Ich weiß nicht, 200 Rubine, glaub ich. Jetzt kannst du ja auf so ne kleine Tour und da ist dann die große Gegner drin. Hier ist nichts mehr in dem Raum, ne? Ne. Kannst du mich verarschen, ne? Hier ist ein ganzer Raum mit nichts drin. Ne, mit zwei Gegnern bitte. Toll, super. Ominös. Siehst du das? Waren da nicht noch vorhin zwei Statuen? Nein, die andere ist ja da unten. Und wo guckt... Ooooooh. Ich glaub ich weiß, wer Karin war da. Ja natürlich. Das ist ne gute Methode, wenn man keinen Bock mehr hat, um das Spiel abzubrechen. Bitte lass das der Richtige sein. Ich hasse das Spiel. Wobei du es ihm empfiehlst. Ja. Na und? Was hat meine persönliche Meinung mit einer Empfehlung zu tun? Ich sage, kauft das Spiel oder ladet es euch nicht runter. Also wir durften das. Ihr dürft es natürlich nicht. Ist klar. Ihr müsst es euch kaufen. Dann müsst ihr es erst runterladen. Und wenn ihr es dann wieder verkauft, müsst ihr auch eure Originaldatei löschen. Wir haben beide Versionen. Ihr Sucker. Kann es sein, dass ich hier irgendwie falsch bin? Hey! Orgidroy! Wir essen jetzt Cornflakes und lachen. Wir essen jetzt Cornflakes. Und lachen. Nein, ich esse keine Cornflakes. Niemals. Was denn du erst? Ich esse nur Frühstücksterialien. Sonst langsam ist mein Sohn. Er hat sich daneben was gemacht. Das kann er gut. Marcel, hast du ja schon fast... Ich habe jetzt ein paar Jahre inzwischen und ich rede. Bayblade. In Belgien Bayblade. In Belgien Bayblade. Das sieht nach einem Bayblade aus. Nee, das sieht scheiße aus, was hier jetzt kommt. Aus Brother Feuer, diese Steine, oder? Die? Ja, die kommen sowohl in Ocarina of Time und mit sowas machen. Aber das ist der Anwendung von The Sims, Mann. Ja, stopp! Was war denn das hier? Achja. Denkst du, oder was? Ne, oder was? Das müssen wir auch noch spielen. Okay. Ich kann mir vorstellen, was du gesagt hast. Das sind vier, so hoch. Drei. Du schießt da durch? Und 200. Ich kann jetzt. Müssen wir noch letzten Play machen? Und? Wozu hast du Pfeile? Ich bin ein sparsamer Mensch geworden, Michal. Ich hab voll Opferst, ey. Pfeile findest du nicht einfach mal so in jedem Gebüsch. Hau da! Pfeile kannst du nicht mehr nehmen. Falls ihr euch wundert, warum ich nicht getroffen werde, ich hab nen Cheat an. Ganz kurzmals... Ja, fast mal. Das sieht doch schon scheiße aus. Das sieht doch aus. Das sieht doch aus. Das sieht doch aus.